Irgendwas? Achso, ja tun sie nur so, als hätten sie mich nicht gehört. Sie sagten gerade, sie waren so schwer, deshalb mussten sie mich fallen lassen. Ich sagte, das haben sie bestimmt auch zu ihrer Ex-Frau gesagt. Wie? Ja, das hat er wieder nicht gehört. Ich weiß, was hier schon ist. Ich hab sie schon gehört, ich weigere mich nur in ihrer Dummheit teilzunehmen. Ja, und das hat ihre Ex-Frau wahrscheinlich auch gesagt und dann hat sie die Scheidung eingereicht.